Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der abbauenden Stoffwechselwege an. Viel Spaß beim Video. Die oxidative Dekarboxylierung ist ein entscheidender Schritt im zellulären Energiestoffwechsel, der die Verbindung zwischen der Glykolyse und dem Tricarbonsäurezyklus herstellt. Dieser Prozess findet in der mitochondrialen Matrix statt und wandelt Pyruvat, das Endprodukt der Glykolyse, in Acetyl-COA um, das in den Tricarbonsäurezyklus eingespeist wird. Dieser Schritt ist nicht nur zentral für die Energieproduktion, sondern auch für den generellen Kohlenstofffluss innerhalb der Zelle. Nach der Glykolyse werden die in der Zytoplasma gebildeten Pyruvat-Moleküle in die Mitochondrien transportiert. Dieser Transport wird durch spezifische Pyruvat-Transporter in der mitochondrialen Membran ermöglicht. Sobald Pyruvat in der Matrix angekommen ist, wird es durch das Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex, PDC, weiterverarbeitet. Dieser Komplex ist ein großer, multi-enzymatischer Komplex, der aus mehreren Kopien von drei verschiedenen Enzymen besteht, Pyruvat-Dehydrogenase, E1, Dehydrolipo-Yltransacetylase, E2 und Dehydrolipo-Yldehydrogenase, E3. Die oxidative Dekarboxylierung beginnt mit der Dekarboxylierung des Pyruvats durch das Enzym E1, wobei ein Molekül Kohlendioxid freigesetzt wird. Dies ist der erste von insgesamt drei Schritten, BI, dem Pyruvat, zu Acetyl-CoA umgewandelt wird. Die freigesetzten Elektronen und das entstandene Hydroxyethyl werden auf das Koenzym Thiaminpyrophosphat, TPP, das fest an E1 gebunden ist, übertragen. Im zweiten Schritt wird die Hydroxyethylgruppe von TPP auf die lipoilierte Lysin-Seitenkette des Enzyms E2 übertragen, was zur Reduktion der Liponsäure führt und eine Acetylgruppe bildet. Diese Acetylgruppe wird dann auf Koenzym A übertragen, wodurch Acetyl-CoA entsteht. Acetyl-CoA ist ein zentrales Molekül im Stoffwechsel, das in den Tricarbonsäurezyklus eingespeist wird, wo es vollständig oxidiert wird, um Energie in Form von ATP zu erzeugen. Der dritte Schritt der oxidativen Dekarboxylierung beinhaltet die Regeneration der oxidierten Form der Liponsäure. Dies geschieht durch die Übertragung der Elektronen von der reduzierten Liponsäure auf FAD, das fest an das Enzym E3 gebunden ist, wodurch FADH2 gebildet wird. Anschließend werden die Elektronen von FADH2 auf NAD1 übertragen, wodurch NADH entsteht. NADH ist ein wichtiges Reduktionsmittel, das in der Atmungskette verwendet wird, um ATP zu produzieren. Die oxidative Dekarboxylierung ist streng reguliert, um den Energiebedarf der Zelle zu kontrollieren. Der Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex wird durch verschiedene Mechanismen reguliert, einschließlich allosterischer Regulation und kovalenter Modifikation. Zum Beispiel wird das Enzym durch hohe Konzentrationen von Acetyl-CHO-A und NADH gehemmt, was signalisiert, dass genügend Energie vorhanden ist und keine weitere Produktion notwendig ist. Andererseits wird der Komplex durch hohe Konzentrationen von Pyruvat und NADIs aktiviert, was darauf hinweist, dass die Zelle mehr Energie benötigt. Ein weiteres wichtiges regulatorisches Element ist die Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase, die den Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex durch Phosphorylierung inaktiviert. Diese Kinase wird durch ATP, Acetyl-COA und NADH aktiviert und durch ADP und Pyruvat gehemmt. Die Gegenspieler dieser Kinase ist die Pyruvat-Dehydrogenase-Phosphatase, die den Komplex durch D-Phosphorylierung reaktiviert. Diese Phosphatase wird durch Insulin aktiviert, was die Aktivität des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes erhöht und somit den Fluss von Pyruvat in den Tricarbonsäurezyklus fördert. Die oxidative Dekarboxylierung hat eine erhebliche Auswirkung auf die Zellphysiologie und den gesamten Stoffwechsel. Durch die Umwandlung von Pyruvat in Acetyl-CHO-A und die Produktion von NADH trägt dieser Prozess wesentlich zur Energieproduktion BI. Acetyl-COA ist auch ein Vorläufermolekül für die Synthese von Fettsäuren und Steroiden, was seine Bedeutung für den Anabolismus unterstreicht. Defekte in den Enzymen des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes können schwerwiegende Stoffwechselstörungen verursachen. Zum Beispiel können Mutationen in den Genen, die für diese Enzyme kodieren, zu einer verminderten Aktivität des Komplexes führen, was die Energieproduktion beeinträchtigt. Dies kann zu einer Anhäufung von Pyruvat und Laktat im Blut führen, was als Lactatazidose bekannt ist. Diese Störungen sind oft mit neurologischen Symptomen verbunden, da das Gehirn stark auf eine ausreichende Energieversorgung angewiesen ist. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Biologie. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Der Tricabonsäurezyklus, auch bekannt als Zitronensäurezyklus oder Krebszyklus, ist ein zentraler Stoffwechselweg, der eine Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel der Zelle spielt. Dieser Zyklus findet in der mitochondrialen Matrix statt und ist der Hauptweg, über den Kohlenhydrate, Fette und Proteine vollständig zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden, wobei Energie in Form von Adenosintrifosphat, ATP, gewonnen wird. Der Tricabonsäurezyklus beginnt mit der Kondensation von Acetyl-CoA und Oxalacetat zu Citrat, einem sechs Kohlenstoffatome enthaltenen Molekül. Diese Reaktion wird durch das Enzym Citra-Synthase katalysiert. Acetyl-CoA stammt dabei hauptsächlich aus der oxidativen Dekarboxylierung von Pyruvat, kann aber auch aus dem Abbau von Fettsäuren und Aminosäuren gewonnen werden. Citra ist das namensgebende Molekül des Zitronensäurezyklus und stellt den Ausgangspunkt für eine Reihe von biochemischen Umwandlungen dar. In den folgenden Schritten wird Citrat schrittweise abgebaut. Zunächst wird Citrat durch das Enzym Akonitase in Isocitrat umgewandelt. Dieser Prozess beinhaltet eine Umlagerung der Hydroxylgruppe und die Umwandlung von Citrat in ein strukturell ähnliches, aber reaktiveres Molekül. Isocitrat wird anschließend durch das Enzym Isocitrat-Dehydrogenase oxidativ dekarboxyliert, wobei das erste Molekül Kohlendioxid freigesetzt und NAD-Plus zu NADH reduziert wird. Das resultierende Produkt, Alpha-Ketoglutarat, ist ein fünf Kohlenstoffatome enthaltenes Molekül. Alpha-Ketoglutarat wird durch das Enzym Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase zu Sochinyl-CoA umgewandelt, einem vier Kohlenstoffatome enthaltenen Molekül. Auch in diesem Schritt wird ein Molekül Kohlendioxid freigesetzt und NAD-Plus zu NADH reduziert. Die Reaktion ähnelt der oxidativen Dekarboxylierung von Pyruvat und stellt einen weiteren Schlüsselschritt im Trikarbensäurezyklus dar, da hier erneut Reduktionsequivalente für die Atmungskette erzeugt werden. Das entstandene Sochinyl-CoA wird dann durch das Enzym Sochinyl-CoA-Synthetase in Sochinat umgewandelt. Dieser Schritt ist mit der Synthese von GTP oder ATP verbunden, je nach Zelltyp. GTP kann direkt zur ATP-Bildung verwendet werden, was bedeutet, dass dieser Schritt direkt zur Energiegewinnung der Zelle beiträgt. Suchinat wird anschließend durch das Enzym Suchinat-Dehydrogenase zu Fumarat oxidiert, wobei FAD zu FAD-Arch2 reduziert wird. Suchinat-Dehydrogenase ist das einzige Enzym des Trikarbonsäurezyklus, das in der inneren mitochondrialen Membran eingebettet ist und direkt mit der Elektronentransportkette interagiert. Fumarat wird durch das Enzym Fumarase zu Malat hydratisiert. Dieser einfache Schritt fügt ein Wassermolekül hinzu und bereitet das Molekül auf die letzte Oxidationsreaktion des Zyklus vor. Malat wird schließlich durch das Enzym Malat-Dehydrogenase zu Oxalacetat oxidiert, wobei ein weiteres Molekül NAD plus zu NADH reduziert wird. Das neu gebildete Oxalacetat kann nun erneut mit einem Molekül Acetyl-CoA kondensieren, um den Zyklus von Neuem zu beginnen. Die Bedeutung des Trikarbonsäurezyklus für die Zellphysiologie ist immens. Er liefert nicht nur ATP und GTP, sondern erzeugt auch wichtige Reduktionsequivalente in Form von NADH und FADH2, die in der Elektronentransportkette weiterverarbeitet werden, um zusätzliche ATP-Moleküle zu erzeugen. Insgesamt werden pro Molekül Acetyl-CoA drei Moleküle NADH, ein Molekül FADH2 und ein Molekül ATP oder GTP produziert. Da der Zyklus zweimal pro Molekül Glucose abläuft, verdoppeln sich diese Erträge bei der vollständigen Oxidation eines Glucosemoleküls. Der Trikarbonsäurezyklus ist auch ein zentraler Punkt der metabolischen Integration. Viele Stoffwechselwege sind mit dem Zyklus verbunden, einschließlich der Gluconeogenese, der Aminosäuresynthese und des Fettsäureabbaus. Intermediäre des Zyklus dienen als Vorläufer für die Synthese verschiedener Biomoleküle. Beispielsweise kann Alpha-Ketoglutarat zur Synthese von Glutamat und anderen Aminosäuren verwendet werden, während Oxalacetat als Ausgangspunkt für die Synthese von Aspartat und anderen wichtigen Verbindungen dient. Die Regulation des Trikarbonsäurezyklus erfolgt auf mehreren Ebenen. Die Aktivität der Schlüsselenzyme Citrat-Synthase, Isocitrat-Dehydrogenase und Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase wird durch die Konzentrationen von Substraten und Produkten sowie durch allosterische Effekte kontrolliert. Hohe Konzentrationen von ATP und NADH signalisieren einen ausreichenden Energiestatus der Zelle und hemmen diese Enzyme, während hohe Konzentrationen von ADP und NAD plus ihre Aktivität fördern und somit den Zyklus beschleunigen. Störungen im Trikarbonsäurezyklus können schwerwiegende Auswirkungen auf die Zellfunktion und den Gesamtstoffwechsel haben. Defekte in den Enzymen des Zyklus können zu einer unzureichenden ATP-Produktion und einer Akkumulation von Zwischenprodukten führen, was zu metabolischen Erkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Zum Beispiel ist ein Mangel an Fumarase mit schweren neurologischen Störungen und anderen systemischen Problemen verbunden. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.